Guten Tag, mein Name ist Grace Allen. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin deine Mutter. Ruf mich zurück, wenn es gerade in dein Leben passt. Mach egal. Kevin und ich steigen gleich in unser Flugzeug nach Kolumbien. Vergiss nicht, uns Montag vom Flughafen abzuholen. Und keine Partys, solange wir weg sind. Kein Spaß. Alles klar. Oh, shit. Hallo, hier ist Grace Allen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Mom? Wo seid ihr denn? Agent Park? Bitte, Sie müssen mir helfen. Es geht um meine Mom, sie wird vermisst. Können Sie da etwas tun? Wir sind nicht befugt, in Kolumbien zu ermitteln. Ich gebe meine Mutter nicht auf. Hola, Miss Guchas? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Und ich kann leider nicht dorthin. Könnten Sie zu diesem Hotel gehen und nach den Überwachungsvideos fragen? Du durchsuchst Kevins E-Mails? Diese Frau nennt ihn Darren. Sie haben mir verschwiegen, dass meine Mutter einen Verbrecher gedatet hat? Ich habe ein paar Fragen bezüglich unserer Ermittlungen. Hat Ihre Mutter jemals einen anderen Namen benutzt? Was? Schon früh am Morgen. Der seltsamste Fall meines Lebens. Wieso sollte sie mir das verheimlichen? Die Polizei tut so, als wäre meine Mom eine Terminelle. Es gibt schon berechtigte Fragen. Auch wenn man eigene Kinder hat, heißt das nicht, dass man keine Fehler macht. Hey, June Back. Eigentlich müsste ich mit dir über eine ganze Menge reden. Oh mein Gott, da ist jemand.